Danke for the first part. Also, es waren die ersten schön 45 Minuten und wir machen jetzt 30 Minuten Pause. Wo ist was zu trinken? Das wirst du ja. Draußen, wie gesagt, der Blühwein, was zu trinken, raufen. Und dann sehen wir uns in 30 Minuten wieder und dann geht's weiter. Dankeschön. Einmal einen richtigen schönen Applaus.